Katzen sind eines der beliebtesten Haustiere, aber sie werden viel seltener zum Tierarzt gebracht als Hunde. Woran liegt das? Nun, wenn du eine Katze besitzt, kennst du wahrscheinlich schon einen der Hauptgründe. Viele Katzen haben Angst vor dem Tierarztbesuch und die Fahrt zum Tierarzt kann eine ziemliche Tortur sein. Das muss aber nicht sein. Damit der Besuch für deine Katze und für dich weniger stressig wird, haben wir unsere besten Strategien für den Tierarztbesuch zusammengestellt. Nummer 1. Bringe deiner Katze bei, ihre Transportbox zu lieben. Wir wissen, dass allein die Erwähnung der Katzentransportbox bei vielen Katzenhaltern und Katzen sofort Stress auslöst. Es ist gut möglich, dass deine Katze in diese kleine Box geschoben und gestupst wurde und dann zu einem unbekannten und beängstigenden Ort wie dem Tierarzt gebracht wurde. Kein Wunder also, dass sie verängstigt ist. Anstatt die Transportbox nur als Transportmittel zu benutzen, solltest du sie als Rückzugsort für deine Katze nutzen. Lege eine bequeme Decke hinein und stelle ihn an einen Ort, an dem sich deine Katze gern aufhält, damit sie sich darin ausruhen und entspannen kann, wann immer sie möchte. Viele Katzen bevorzugen es ohnehin, in kleinen Räumen zu schlafen. Daher ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie sich gerne in einer Transportbox ausruht. Nummer 2. Über Auto fahren. Sobald deine Katze gelernt hat, ihre Box zu lieben, kannst du ihr beibringen, das Auto zu lieben. Das sollte ein schrittweiser Prozess sein. Experten empfehlen, deine Katze in die Box zu setzen, dann ins Auto, ihr ein Leckerli zu geben und dann die Box aus dem Auto zu nehmen. Wenn deine Katze sich wohlfühlt, kannst du die Autotour schließen und sie wieder öffnen. Als nächstes kannst du das Auto an- und ausschalten. Mit der Zeit kannst du sie daran gewöhnen, kurze Strecken zu fahren, zum Beispiel um den Block. Und deine Katze wird lernen, dass das Auto doch nicht so furchteinflößend ist. Nummer 3. Pheromone sprühen. Für viele Katzen sind synthetische Pheromone wie ein entspannendes Katzenparfum. Sprühe sie in die Box deines Kätzchens und gib etwas davon auf ein Handtuch, das du darüber wirfst, damit sie keine ungewohnten Anblicke wie Hunde im Wartezimmer oder das Innere deines Autos wahrnimmt. Synthetische Pheromone wirken nicht bei allen Katzen, aber ein Versuch ist es wert. Nummer 4. Entwickle eine Wartezimmerstrategie. Das Wartezimmer kann der schlimmste Albtraum einer Katze sein. Es könnte mit fremden Hunden, Katzen und Menschen gefüllt sein. Anstatt im Wartezimmer zu warten, kannst du das Personal der Tierklinik fragen, ob du mit deiner Katze im Auto warten kannst, bis das Untersuchungszimmer fertig ist. Zumindest solange es im Auto nicht zu heiß oder kalt ist. Wenn das nicht möglich ist, solltest du ihren Transportkorb mit einem Handtuch abdecken, damit sie die anderen Haustiere im Wartezimmer nicht sehen kann. Und Nummer 5. Trainiere, dass sie es toleriert, angefasst zu werden. Bei einer Untersuchung wird dein Tierarzt deine Katze von Kopf bis Schwanz untersuchen. Manche Katzen mögen es nicht, wenn ein Fremder sie anfasst. Idealerweise solltest du deiner Katze schon als Kätzchen beibringen, dass sie es toleriert, angefasst zu werden. Aber sie kann es auch als Erwachsene noch lernen. Übe sie richtig zu halten und hochzuheben. Und bitte deine Freunde, das auch zu tun. Sie wird wahrscheinlich am meisten protestieren, wenn du ihre Pfoten anfasst. Gewöhne sie an den Umgang mit ihren Pfoten, indem du jede einzelne Pfote hältst und sanft auf jeden Zeh drückst. Und vergiss nicht, sie mit Leckerlis und Lob zu verwöhnen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Schreib mir auch gerne deine Erfahrungen mit diesem Thema in die Kommentare. Und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Katzenvideo mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal.